HiFi Setup Tours, die Folge 10. Ab geht's! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge HiFi Setup Tours. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann schaut doch mal in meinen anderen Videos vorbei. Da gibt es einige HiFi Setup Tours und noch diverse andere Sachen. Vielleicht gefällt euch ja noch was. Wir starten direkt mit dem ersten Setup und das erste Setup kommt von Andreas. Und Andreas kommt aus Elversberg. Das ist tatsächlich bei mir direkt um die Ecke. Cool. Servus, Andreas. Wir schauen mal zusammen rein. Andreas schreibt, das ist sein Arbeitszimmer-Vintage-Setup. Er hat noch ein Wohnzimmer-Setup, aber das schickt er ein anderes Mal. Auch das ist, wie ich finde, schon sehr beeindruckend. Sein Plattenspieler ist ein Marantz 6300 von 1975 mit Nussbaumfurnier. Und hier, ich finde, das ist ein ganz toller Vintage-Dreher. Den hatte ich auch vor längerem Mal im Auge. Ich finde, das ist echt ein Gerät, das man mit einbeziehen sollte, wenn man da einen hochwertigen Vintage-Dreher will. Tolles Teil. Als Tonabnehmer hat er den ATVM95SH von Audio-Technica drauf. Sein Verstärker 1 Marantz 2226 von 1977. Er schreibt, der wiegt etwa 12 Kilogramm. 2x26 Watt in einem Nussbaum-Woodcase. Unterstützt wird der Verstärker von einem Crayham Sleekram Amp 2 Vorverstärker. Angefeuert werden damit zwei top klingende Regallautsprecher von Q-Acoustic 3010i. Ja, ja, die kenne ich. Ebenfalls in Walnuss. Na klar, dann passt es schön zusammen. Er hat ebenfalls auch noch ein Kassettendeck, ein Marantz 5220 von 1978, auch mit Walnussholzzarke. Er schreibt noch, sein Musikgeschmack, der geht von Abba bis Zappa, ja ein Klassiker, von Metal bis Jazz. Einfach alles, was gefällt und gut klingt. Ja, bei mir ähnlich. Er schreibt übrigens noch, er freut sich immer über meine neuen Videos. Und er hat dadurch auch noch andere zahlreiche HiFi und Venue-Kanäle auf YouTube entdeckt. Ja, sehr cool. So macht das doch Spaß. Wenn man vom einen Kanal noch andere entdeckt und so weiter, dann wird das Ganze irgendwie, ja, wächst dynamisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Andreas, das spricht mich sehr an. Ich habe ja ein Herz für Vintage-Hifi und habe es glaube ich schon mal gesagt, ich hätte am liebsten zwei Setups. Ein modernes und ein Vintage-Setup, aber ja, wohin mit dem ganzen Zeug? Und das passt natürlich hier alles ganz fantastisch zusammen. Diese ganze 70er Jahre Marantz-Geräte, eine absolute Augenweide. Was anderes kann man da nicht sagen. Es passen auch die Q-Acoustics da sehr gut dazu. Allerdings finde ich, da könnte man sagen, da gehört doch irgendwie auch ein Vintage-Lautsprecherpaar dazu. Also, das ist okay, so wie es ist. Ich meine, das ist ja deine Sache. Aber mir persönlich würden da so ein paar schöne JBL L gefallen. L36 oder so irgendwas. Oder sogar die L100 da, die klassischen aus den 70ern. Fände ich, würden für meinen Geschmack das Bild da abrunden. Cooles Setup. Vielen Dank, Andreas. Das nächste Setup hier von Stefan aus der Eifel. Wir schauen gemeinsam rein. Sehr interessant auf den ersten Blick. Was haben wir? Ein Vollverstärker. Burmeester 101. Ich muss sagen, Burmeester kenne ich natürlich. Aber ehrlich gesagt hauptsächlich nur noch aus Fahrzeugen aktuell. Aber die haben natürlich auch Heim-Hi-Fi am Start oder am Start gehabt. Und das Teil ist natürlich hier sehr interessant. Mit der glänzenden Front hier. Oder komplett Edelstahl poliert. Chrom, also eindrucksvoll. Er hat einen CD-Player laufen. Ein Yamaha CD-S2100. Diese Lautsprecher, das sind Magnat Quantum 1005. Ich meine, wer kennt Magnat nicht? Aber diese Magnat habe ich in den letzten Jahren noch nicht gesehen. Als Plattenspieler hat er einen Transrotor ZET1. Und als Zweitspieler ein Rekord F100P. Den Transrotor erkennen wir wahrscheinlich fast alle auf den ersten Blick. Ich meine, das Design ist ja unverwechselbar. Er hat jetzt hier leider gar nicht draufgeschrieben, was er für einen Tonabnehmer, welche Tonabnehmer er benutzt. Stefan, wenn du willst, schreib das gerne mal noch drunter. Auch hier sehen wir wieder die verbreiteten IKEA Abtitlick Schneidebretter als Basis. Ja, die Dinger sind irgendwie echt bewährt. Eine günstige und gute Lösung, da eine solide Basis für die Geräte zu schaffen. Gefällt mir gut dein Setup. Ich habe irgendwie eine ungewöhnliche Kombination, finde ich, von den Geräten her. Würde mich echt mal interessieren, wie das klingt. Danke, Stefan. Und das nächste Setup kommt von Marcel. Marcel aus Lübeck. Und das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass wir ein solches Setup hier sehen. Er schreibt, der ist seit vielen Jahren aktiv und Nahfeldhörer und gleichzeitig auch Fan. Er schreibt, gehöre da wohl zu sehr wenigen, aber ich finde, man ist einfach direkter in die Musik involviert und es ist greifbarer. Außerdem macht einem die Raumakustik nicht ganz so zu schaffen. Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Das ist Geschmackssache. Ich kann aber auch gut verstehen, dass man da seinen Spaß dran hat. Ist halt was anderes, sich da so ein Nahfeldsystem aufzubauen, wie wenn man hier irgendwie so eine offene Hi-Fi-Stereoanlage im Wohnzimmer oder irgendwo stehen hat. Klar. Aktuell hat er als Lautsprecher die Unity Audio Superrock, die wir hier auf diesen Ständern sehen. Schöne, kompakte Studio Monitor 2W-Gebox. Er schreibt, das ist ein englischer Hersteller, der ausschließlich geschlossene Aktiv-Lautsprecher baut. Aha, also ein Aktiv-Lautsprecher. Als Deck hat er Cranesong Solaris. Des Weiteren, sein Strom kommt durch eine Rital-Netzleiste. USB-Kabel zum Deck sowie Stromkabel für die Lautsprecher und Deck sind noch die 0815-Einfachen. Er schreibt, XLR kommt von Funk-Tonstudio-Technik, das B120-Kabel. Er schreibt, diese Strom- und USB-Kabel will er aber noch upgraden. Als Quelle benutzt er hier seinen PC via USB und seine Musik, die liegt über gekaufte Flex-Lossless auf einem Synology NAS. Gestreamt wird via Kodi. Raumkorrektur mit SonaWorks oder gegebenenfalls Accurate-CV folgt demnächst sowie ein Akustik-Konzept. Die Ständer, das sind ungebaute KEF LS50 Ständer, die auf einer erhöhten Steinplatte sowie auf einer Gehwegplatte stehen, aufgrund des Laminats. Als Raumakustik hat er zwei Diffuser von MW Akustik und sechs selbstgebaute Elemente, die als Absorber dienen. Ja, wirklich mal interessant, Marcel, sowas zu sehen. Ich finde auch, der Raum sieht irgendwie sehr, sehr cool aus. Hat irgendwie so, auch wenn da nur so ein kleiner TV ist, irgendwie so ein bisschen Kino-Feeling auf den ersten Blick. Und ich glaube schon, dass das ein sehr cooler Sound ist, den du da erzielst und man ziemlich mitten in der Musik sitzt. Leider kenne ich mich im Thema Nahfeld und Streaming relativ wenig aus, weil ich ja eher Analog-Hörer bin. Aber vielen Dank für das Setup, auch mal cool sowas zu sehen. Weiter geht's mit dem Setup von Matthias. Und direkt mal zusammen reinschauen, wow, wieder mal was Besonderes. Und das freut mich immer wieder, wenn jemand seine so sehr persönliche Note da drin hat. Und das ist hier definitiv der Fall, Matthias. Ich weiß gar nicht genau, also dieser dunkle Raum und dann diese weiße Komponente. Und wo steht denn da der Plattenspieler überhaupt drauf? Wie cool sieht das denn aus? Ist das irgendwie so ein Metallflansch oder ist das eine Riesenfelge oder irgendwas? Toll, wirklich. Den Verstärker, den wir hier sehen, ist ein Magnat MA900. Beide Plattenspieler sind vom Block mit aufgerüsteten Nadeln und beleuchtetem Teller. Ja, habe ich was dafür über, muss nicht sein, aber finde ich sieht ganz cool aus. Dann sehen wir zwei Dimension Controller von Technics SH8030. Das Tape-Deck ist ein Fischer Studio Standard DR5120. Er hat noch einen Brenner von Philips, da stehen, CDR870. Ein Streamer, den Pioneer N30AE. VU-Meter 805. Plattenspieler, Röhrenverstärker für schwarzen Block von Tubebox X2. Die Lautsprecher, das sind Canton Vento 896 DC. Ich glaube sogar, die hatten wir schon mal. Ja, ich glaube, die kommen da mit der Base, die man da sieht. Dieses Unterteil, wo die draufstehen, das ist da glaube ich schon dabei. Er hat ein Mischpult Epsilon Inno Mix 2 als Stromverteiler Dynavox X7000 und die Trägerplatte für den weißen Block Plattenspieler mit eingegossenem Schriftzug Block Audio PS1000+. Kompletter Träger für Plattenspieler ist ein komplettes Pumpengehäuse. Ah, hier haben wir es. Ein Pumpengehäuse ist das, was wir hier sehen. Alles von mir selber geformt, gegossen und fertiggestellt. Wow. Sehr, sehr cool, Matthias. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht was für jedermann hier, aber mich spricht es total an. Scheint mir ein recht kleiner Raum zu sein und du hast das aber mega toll umgesetzt. Vielen Dank, Matthias, für den Einblick. Als nächstes kommen wir zu dem Setup von Justus. Und auch hier wieder für mich erstmal Spitzenklasse, was ich hier zu sehen bekomme. Wir schauen mal zusammen rein. Und ihr seht, Justus hat wieder ein Video von mir im Hintergrund laufen. Ich glaube, der ein oder andere, der weiß, dass mir das gefällt und macht das extra cool weiter so. Schaut euch den Raum an. Hier wurde mit Bedacht und Liebe wieder aufgestellt und getunt. Wir sehen einen Rega P8-Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer Excalibur Gold. An Aria MK2 von Rega, also seine Phono-Vorstufe. Als Verstärker Rega Elicit R. Die Lautsprecher, das sind Dyn-Audio oder Dyn-Audio, je nachdem wie ihr sagen wollt. Kontur 20i. Und die Stands, das sind Stands 20 auch von Dyn-Audio. Das Reg, das sind kreaktiv. Besteht aus zwei Teilen. Mit gedämpften Rohren. Und er schreibt, kein Trittschall durch Bodenplatte direkt unter Boden. Er hat auch eine Plattenwaschmaschine, wie wir sehen. Die ist von Trabe Nessi Vinyl Cleaner. Die habe ich jetzt persönlich auch noch nie gesehen. Aha, interessant. Auch der Hersteller hier, Trabe, sagt mir nichts. Muss ich mir auch mal anschauen. Stromaufbereitung, Plexia, BAK 400. Drei Stromkabel, B-Power von B-Fly Audio. Furutec, Wandsteckdose, ja auch sehr verbreitet. Und Lautsprecher und NF-Kabel von Audio Optimum. Er schreibt, das ist ein 17 Quadratmeter kleiner Raum und dafür aber ein Top-Hörgenuss. Das glaube ich dir direkt, Justus. Dafür muss ich, glaube ich, gar nicht vor Ort sein, um zu sagen, dass das hier sehr gut klingt. Man sieht, wie liebevoll das gemacht ist, wie schön das aufgestellt ist. Man sieht diese ganzen Diffuser, die du hier angebracht hast. Ganz toll. Ich wette, da hast du einen Riesenspaß damit. Danke für deine Einsendung. Und das letzte Setup für heute kommt von Christian aus Westfalen. Auch hier schauen wir mal gemeinsam rein. Ein heller, freundlicher Raum unter einer Dachschräge. Und ebenfalls läuft ein Video von mir im Hintergrund. Wir sehen einen Technics-Dreher, den SL-1210 MK2. Ein Klassiker, mit dem man wenig falsch machen kann. Und dem soliden Orthophon 2 M Blue drauf. Hat doch ein Tape-Deck, das Technics RS-BX707. Er schreibt, so eins hattest du schon mal in einem Video. Stimmt? Ich erinnere mich. CD-Player hat der SL-PS620A mit Schwenkarmlaufwerk und dem Technics SU-A40. Er schreibt, bei dem ihn vor allem die Phono-Pre begeistert. Ah ja, sehr gut. Lautsprecher sind Canton Vento 890, der ersten Serie. Und sind per B-Wiring mit selbstkonfektionierten Kabeln aus Komponenten von Viaplu angeschlossen. Als Endstufe kommt ein Onkyo TXNR636 zum Einsatz. Ja, erstmal vielen Dank, Christian. Interessantes Setup hier. Du hast hier die Anlage rechts so an der Seite stehen. Und dann die Lautsprecher gegenüber deiner Hörposition. Recht ungewöhnlich, finde ich. Dazwischen das kleine Plattenregal und diese zwei Sessel. Also das wäre jetzt das Einzige, was mich stören würde. Also das Regal noch nicht mal so, aber diese zwei Sessel so zwischen den Lautsprechern, die würden mich irgendwie irritieren. Aber vielleicht nimmst du die ja auch weg, wenn du in Ruhe Musik hörst. Ansonsten cool, eine echt gemütliche Ecke, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass du hier eine Menge Spaß hast beim Hören deiner Lieblingsscheiben. Ja, wieder mal eine schöne Folge HiFi Setup Tours. Schreckt nicht davor zurück, mir weiter eure Sachen zu schicken an info at soundingrooves.de. Schaut noch ein paar alte Videos von mir und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Tschüss. 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 Tschüss.